Hey Leute und willkommen zu diesem kurzen Video und ja, der Netto hat jetzt Jugendfeuerwerk und das wollte ich euch mal eben zeigen. Ich werde das jetzt immer machen, sobald irgendein Prospekt kommt, ob es jetzt Klasse 1 oder 2 ist, das juckt mich jetzt eigentlich nicht. Es ist jetzt ja so, ich sag mal, die heiße Phase schon und ja, da will ich euch nichts verheimlichen. Ja, von Keller alles, beziehungsweise Cometia jetzt wurde ja aufgekauft. Ja, Knallerangebote, ziemlich teuer muss ich sagen. Also, ja, 6,99 geht so, eher mehr Füllmaterial, ja, 4,99 Superstars, 3,99 Eisterne, 12 Stück, ja, dann eine Partybombe für 2,99, Wunderkerzen für 99 Cent, 40 Stück und Wunderkerzen für 99 Cent, ähm, das sollten 10 Stück, ja, 30 Zentimeter lang, ähm, so, und Knallbonbons für 3,04 Stück und Bleigießen für 2,49 Euro und zuletzt haben wir hier noch Partyfieber von Keller natürlich für 96, ja, sind jetzt nicht so die Hammerangebote, aber wenn ihr noch Klasse 1 braucht, dann holt euch so ein Set und ja, ciao Leute, haut rein!